Hallo zusammen, ich stelle euch hier Star Wars Armada vor. Es ist ein Miniaturenspiel für zwei Spieler mit einer angegebenen Spieldauer von zwei Stunden. In dem Spiel übernehmt ihr die Kontrolle von verschiedenen Großkampfschiffen und versucht mit diesen euren Gegner in einer Raumschlacht zu schlagen. Und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Für das Spiel existieren mehrere Grundspielboxen. Die erste Box ist die hier gezeigte und bringt Schiffe aus dem Zeitalter der Rebellion mit sich. Mit diversen Erweiterungen könnt ihr eure Flotten vergrößern oder auch mit den anderen Starterboxen weitere Fraktionen aus dem Zeitalter der Klonkriege ins Spiel bringen. In diesem Video gehe ich vorwiegend auf das Material und die Regeln der ersten Grundspielbox ein. In der Grundspielbox findet ihr zuallererst drei Schiffe, zwei für die Rebellen und einen Sternzerstörer für das Imperium. Diese Schiffe müsst ihr vor Spielbeginn auf die Halterung und den Plastikbasen anbringen. Für jedes der Schiffe liegt ein Schiffsmarker bei, der anhand des Schiffssymbols der jeweiligen Miniatur zugeordnet wird. Diese Schiffsmarker sind mit Linien in vier Hüllensektionen unterteilt, wobei jeder einen Zielpunkt zur Sichtlinienbestimmung aufgedruckt hat. Die Linien sind daneben ebenso für den Feuerwinkel des Schiffes relevant und in den Sektionen sind noch der maximale Schildwert und die verfügbaren Angriffswürfel angegeben. Dafür liegen Würfel in drei verschiedenen Farben bei, blau, rot und schwarz. Jede Würfelfarbe hat dabei eine andere Zusammensetzung der Symbole. Die schwarzen Würfel sind dabei für Angriffe in kurzer Reichweite, die blauen für Angriffe bis zur mittleren Reichweite und die roten Würfel können auch auf große Distanzen schießen. An den Plastikbasen befinden sich dann noch die Schildräder, die den aktuellen Stand der Schilder auf der jeweiligen Hüllensektion anzeigen. Die Schiffe werden in verschiedene Größenkategorien unterteilt, klein, mittelgroß, groß und riesige Schiffe. Die Größe der Basis ist dabei entscheidend, welcher Größenkategorie ein Schiff zugeordnet wird. Aus dem Grundspiel sind die Rebellenschiffe der kleinen Kategorie und der Sternzerstörer der Siegesklasse der mittelgroßen Kategorie zugeordnet. Neben den Großkampfschiffen findet ihr noch mehrere Jägerstaffeln, die vor Spielbeginn ebenso auf ihre Halter- bzw. Plastikbasen gesetzt werden müssen. Die Staffelscheiben unterteilen sich dabei in solche für X-Flügler und die für Taijäger und zeigen die verbleibenden Hüllenpunkte der Staffel an. Darunter geben die Aktivierungsanzeige an, ob eine Staffel innerhalb einer Runde schon eingesetzt wurde. Zum Befehligen der Großkampfschiffe liegen sechs Kommandoräder bei, die vier mögliche Kommandos anzeigen können. Drei Schubräder geben daneben die Geschwindigkeit der Schiffe von 0 bis 4 an. Mittels einer Manöverhilfe wird die Bewegung der Großkampfschiffe abgehandelt und ein Maßstab wird unter anderem für die Reichweitenermittlung benutzt. Für jedes der Großkampfschiffe findet ihr zwei Schiffskarten, auf denen die Spezifikationen des Schiffes aufgeführt sind. Oben der Name des Schiffes und links davon die Fraktionszugehörigkeit, darunter der Hüllenwert des Schiffes, verfügbare Würfel für Anti-Jägerangriffe, den Kommandowert, den Staffelwert und den Technikwert. Im grünen Bereich sind die zugehörigen Verteidigungsmarker aufgelistet und darunter die für die Bewegung relevante Schubtabelle. Rechts davon sind die den Feuerwinkeln zugeordneten Angriffswürfel als auch die maximalen Schildwerte aufgeführt. Am unteren Rand sind dann noch die Aufstellungskosten des Schiffes angezeigt, um es für eine Fraktion ins Spiel zu bringen und dann noch die möglichen Aufwertungstypen, die dem Schiff zugeordnet werden können. Für diese Aufwertung liegen separate Karten bei, die ebenso mit einem Namen gekennzeichnet sind. Ist ein Punkt nebenstehend aufgeführt, ist die Karte einzigartig und kann nur einmal von dem jeweiligen Spieler verwendet werden. Karten ohne Punkt können auch mehrfach ausgerüstet werden, aber maximal einmal pro Schiff. Unter dem Namen findet sich die Fähigkeit der Karte, als auch am unteren Rand der Aufwertungstyp und die Aufstellungskosten. Für die Jägerstaffeln liegen Staffelkarten bei, die ebenso Name und Fraktionen aufführen. Einzigartige Staffeln, also deren Namen mit einem Punkt gekennzeichnet ist, bringen noch Verteidigungsmarker mit sich. Darunter sind Schubwert, Hüllenwert und die verfügbaren Würfel für Angriffe auf andere Staffeln und auf Großkampfschiffe aufgelistet. Etwaige Sonderfähigkeiten finden sich im Text darunter, die teilweise mit fett hervorgehobenen Schlüsselwörtern einleiten. Das Staffelsymbol befindet sich unten links, die Aufstellungskosten unten rechts. Um Schaden an den Schiffen anzuzeigen, liegen noch Schadenskarten bei, die auf der Vorderseite diverse nachteilige Effekte auflisten. Ebenso findet ihr mehrere Einsatzzielkarten und Referenzkarten. Dem Spiel liegen noch diverse Marker bei, ein Initiativmarker zum Anzeigen der Spielerinitiative sowie mehrere Hindernismarker für den Aufbau des Spielfeldes. Ebenso werden die Startgebietsmarker als Hilfe für den Spielaufbau verwendet. Im Spiel werden noch Verteidigungsmarker, Kommandomarker und Siegmarker eingesetzt, sowie Rundenmarker, Einsatzzielmarker als auch mehrere ID-Marker. Die ID-Marker dienen der Zuordnung von gleichen Miniaturen auf dem Spielfeld zu den Karten. Ihr findet neben der Spielanleitung ein Referenzhandbuch, das während des Spiels als Nachschlagewerk für Regelfragen dient. Hierbei solltet ihr beachten, dass das aktuelle Referenzhandbuch jeweils online bereitgestellt wird. Der Spielaufbau hängt vom gewählten Spielmodus ab. Für das erste Spiel wird ein Trainingsszenario empfohlen, das ihr in der Anleitung findet. Nachdem sich die Spieler mit den Spielregeln vertraut gemacht haben, kann der vollständige Spielaufbau verwendet werden. Für diesen wird als erstes auf dem Tisch eine Spielfläche von 90 x 180 cm freigeräumt. Mithilfe eines Maßstabs wird dann ein Startgebiet abgesteckt, das eine Größe von 90 x 120 cm hat. Die Startgebietsmarker werden entsprechend ausgelegt, um dieses Gebiet zu markieren. Anschließend nehmen die Spieler selbst dann an den langen Seiten gegenüber voneinander Platz. Die Spieler entscheiden sich dann jeweils für eine Fraktion, im Grundspiel die Rebellen oder das Imperium und mit den Erweiterungen kommt noch die Galaktische Republik und die Separatisten-Allianz hinzu. Dafür wählen die Spieler Schiffe, Staffel und Aufwertungskarten, deren Gesamtkosten in einem Standardspiel maximal 400 Aufstellungspunkte bzw. Flottenpunkte betragen dürfen. Dabei dürfen nur Komponenten gewählt werden, die auch der eigenen Fraktion zugeordnet sind oder keine Fraktionszugehörigkeit zeigen. Für dieses Zusammenstellen sind die Flottenpunkte auf den jeweiligen Komponenten zu beachten. Man weiß beim Zusammenstellen aber noch nicht, was der Gegner auswählt. Zu beachten ist, dass einzigartige Namen, also die, die mit einem Punkt markiert sind, nie mehr als einmal von einem Spieler in seine Flotte aufgenommen werden können. Bei den Staffeln, die den gleichen Typ haben, teilen sich jene die Staffelkarte. Die Flottenpunkte-Kosten beziehen sich dabei aber auf je eine Staffel des aufgeführten Typs. Stellt ein Spieler beispielsweise vier X-Flügler-Staffeln auf, kostet ihn das 4 mal 13 gleich 52 Flottenpunkte. Es ist zu beachten, dass nicht mehr als ein Drittel der Flottenpunkte aufgerundet für Staffeln ausgegeben werden dürfen. In einem Standardspiel sind das also maximal 134 Punkte für Staffeln. Auch einige Staffeln haben einzigartige Namen, die mit einem Punkt markiert sind und nur einmal pro Flotte aufgestellt werden dürfen. Daneben gilt, die Maximalzahl der einzigartigen Staffeln mit Verteidigungsmarkern beträgt für jede Flotte 1 pro 100 erlaubten Flottenpunkten. Also in einem Standardspiel vier einzigartige Staffeln mit Verteidigungsmarkern. Bei den Aufwertungen ist zu beachten, dass jedes Schiff für jedes aufgeführte Symbol eine Aufwertung ausrüsten kann. Die Aufwertungen kosten dabei ebenso Flottenpunkte und einige von ihnen sind fraktionsspezifisch. Das bedeutet, ist ein Rebellensymbol aufgedruckt, kann nur der Rebellenspieler diese Aufwertungen verwenden. Gleiches gilt analog für das imperiale Symbol für den imperialen Spieler. Ebenso gibt es auch Schiffstyp und Größenklassen spezifische Aufwertungen, wie die Titel, die nur dem jeweiligen Schiffstypen zugeordnet werden können. Einige Aufwertungen führen daneben noch das Schlüsselwort Modifikation auf. Dabei ist zu beachten, dass jedes Schiff maximal nur eine Modifikation ausgerüstet haben darf. Daneben kann jedes Schiff maximal einen Titel haben und maximal eine Kopie von ein und derselben Aufwertungskarte. Es ist also nicht erlaubt, zweimal die gleiche Karte für ein Schiff auszurüsten. Einige der Aufwertungskarten haben mehr als ein Aufwertungssymbol. Um diese auszurüsten, benötigt das Schiff die entsprechende Gruppe an Symbolen in seiner Aufwertungsleiste. Hervorzuheben sind ebenso die Commanderaufwertungen, die kein Aufwertungssymbol in der unteren linken Ecke haben. Ein Schiff kann dabei mit genau einem Commander aufgewertet werden, unabhängig davon, welche Aufwertungssymbole es hat. Dieses Schiff zählt dann als Flaggschiff. Dabei muss die Flotte jedes Spielers ein Flaggschiff haben, das heißt ein Schiff mit einem Commander. Diese Flaggschiffe werden dann noch mit einem Flaggschiff-ID-Marker in der Schiffsbasis und auf der Schiffskarte markiert. Das Ausrüsten von Aufwertungen ist aber grundsätzlich optional. Ein Schiff kann auch komplett ohne Aufwertungen ins Spiel gebracht werden. Lediglich eine Commanderaufwertung muss von den Spielern ins Spiel gebracht werden. Jeder Spieler wählt dann noch drei Einsatzzielkarten aus, von denen jeder aus einer anderen Kategorie stammen muss. Dabei gibt es die roten Angriffsziele, die gelben Verteidigungsziele und die blauen Navigationziele. Nachdem die Spieler ihre Flottenpunkte verteilt haben und die Einsatzzielkarten gewählt haben, nimmt jeder Spieler seine Komponenten und stellt diese neben der Spielfläche in der Nähe seines Spielflächenrandes auf. Die Spieler stellen alle Schildräder der Schiffe auf den maximalen Wert der jeweiligen Schiffsseite und alle Staffelscheiben auf den maximalen Hüllenwert. Die Aktivierungsanzeiger jeder Staffel werden dann so positioniert, dass das blaue Ende sichtbar ist. Jedem Schiff und jeder einzigartigen Staffel werden dann die passenden Verteidigungsmarker zugewiesen. Die Spieler nehmen sich dann noch ausreichend Kommando- und Schubräder für ihre Flotte. Dabei benötigen sie so viele Kommandoreder, wie auf den Schiffskarten in Summe angegeben sind und je ein Schubrad pro Schiff. Je nach Bedarf weisen die Spieler ihren Schiffen und Staffeln noch ID-Marker zu. Der Spieler mit den geringeren Flottenpunkten entscheidet dann, wer erster Spieler wird. Bei Gleichstand wird eine Münze geworfen und der Sieger wählt dann den ersten Spieler aus. Ist der erste Spieler bestimmt, legt dieser den Initiativmarker mit dieser Seite nach oben neben seinen Spielfeldrand. Der erste Spieler hat die Initiative und behält diese auch für die gesamte Spieldauer. Danach schaut sich der erste Spieler nun alle drei Einsatzzielkarten des Gegners an und wählt eine davon als Ziel für die gesamte Partie aus. Die übrigen zwei Ziele als auch seine eigenen drei Ziele werden dann nicht mehr benötigt und gehen in die Spielbox zurück. Zu beachten ist, dass einige Einsatzziele auch noch spezielle Regeln für den Spielaufbau mit sich bringen. Beginnend mit dem zweiten Spieler wechseln sich die Spieler dann mit dem Platzieren von sechs Hindernissen auf dem Spielfeld ab. Sofern die Einsatzziele nichts anderes besagen, werden drei Astroidenfelder, zwei Trümmerfelder und eine Raumstation ausgelegt. Die Hindernisse müssen dabei innerhalb des Startgebietes platziert werden und jeweils jenseits einer Entfernung von drei zu den Spielflächenrändern und jenseits einer Entfernung von eins zueinander ausgelegt werden. Beginnt mit dem ersten Spieler wechseln sich die Spieler dann mit dem Aufstellen ihrer Flotten im Startgebiet ab. Dabei besteht ein Aufstellungszug aus dem Platzieren eines Schiffes oder von zwei Staffeln. Die Schiffe müssen dabei im eigenen Aufstellungsbereich platziert werden. Dies ist der Teil des Startgebiets auf der eigenen Spielfeldseite innerhalb von einer Entfernung von eins bis drei. Wenn man ein Schiff platziert, muss man das zugehörige Schubrad auf einen Wert einstellen, der gemäß der Schubtabelle der Schiffskarte zulässig ist. Staffeln müssen innerhalb von einer Entfernung von eins bis zwei zu einem befreundeten Schiff innerhalb des Startgebietes platziert werden. Wenn man nur noch eine Staffel übrig hat, aber zwei platzieren müsste, kann man sie erst nach dem Aufstellen aller eigenen Schiffe auf das Spielfeld bringen. Abschließend werden dann noch die Startgebietsmarker vom Tisch entfernt. Sind alle Schiffe und Staffeln aufgestellt, werden die Schadenskarten gemischt und zusammen mit den Kommandomarkern, der Manöverhilfe, dem Maßstab und dem Rundenmarker mit der Eins neben das Spielfeld gelegt. Die Angriffswürfel legt ihr ebenso griffbereit aus. Wird mit den aktualisierten Passenregeln und dem Erweiterungsmaterial unter Einsatz der Passenmarker gespielt, werden diese gegebenenfalls beim Spielaufbau verteilt. Wenn ein Spieler beim Spielaufbau weniger Schiffe hat als ein Gegenspieler, erhält er Passenmarker in Höhe der Differenz. Ist allerdings der erste Spieler derjenige mit weniger Schiffen, erhält er einen Passenmarker weniger. Diese Marker können in der Schiffsphase einer Runde ausgegeben werden, statt ein Schiff zu aktivieren. Sollte man nur mit den Schiffen der Grundspielbox spielen, sind folgende abweichende Aufbauregeln zu beachten. Zuallererst verwendet man ein kleineres 90x90 cm Spielfeld, das gleichzeitig auch das Startgebiet darstellt. Den Spielern stehen jeweils statt 400 nur 180 Flottenpunkte zur Verfügung. Daneben wird empfohlen, die Einsatzzielkarten zufällig zu bestimmen, indem alle Einsatzzielkarten gemischt werden, zwei gezogen werden und der zweite Spieler eine davon als Ziel auswählt. Auf dem Spielfeld werden des Weiteren nur vier statt sechs Hindernisse verwendet. Das Spiel wird über sechs Runden gespielt, mit dem Ziel, bis zum Ende des Spiels so viele gegnerische Streitkräfte zu zerstören wie möglich. Wenn alle Großkampfschiffe eines Spielers vor dem Ende der sechsten Runde zerstört wurden, endet das Spiel aber schon sofort. Jede Runde besteht dabei aus den folgenden vier Phasen. Der Kommandophase, in der die Spieler ihren Großkampfschiffen Kommandoreder zuweisen. Der Schiffsphase, in der die Spieler abwechselnd mit ihren Schiffen ihre Kommandos ausführen, angreifen und diese bewegen. Der Staffelfase, in der die Spieler abwechselnd ihre Staffeln angreifen lassen oder diese bewegen. Und zuletzt der Statusphase, in der alle Verteidigungsmarker wieder spielbereit gemacht werden und der Initiativmarker umgedreht wird. In der Kommandophase verwenden beide Spieler gleichzeitig ihre Kommandoreder, um jedem ihrer Schiffe ein geheimes Kommando zuzuweisen. Um ein Kommando zu wählen, dreht man das Kommandorad so lange, bis das Symbol des gewünschten Kommandos vom Verschluss des Rads umrahmt wird. Das Kommandorad legt man dann verdeckt neben die Schiffskarte des jeweiligen Schiffes, unter allen anderen dem Schiff bereits zugewiesenen Kommandoredern. In der ersten Kommandophase müssen die Spieler ihren Schiffen aber so viele Kommandoreder zuweisen, bis jedes Schiff Kommandoreder in der Höhe seines Kommandowertes vor sich ausliegen hat. Im Grundspiel muss der Rebellenspieler also beispielsweise ein Kommando für seine CR90 und zwei für seine Nebulon B-Fregatte wählen. Die oben liegenden Kommandoreder werden dabei im Spiel zuerst abgehandelt, die unten liegenden dann entsprechend erst in Reihenfolge danach. Da in der folgenden Schiffsphase immer nur ein Kommandorad aufgedeckt wird, muss man also je nach Schiff schon etwas vorausplanen und Kommandos für die Folgerunden wählen. Größere Schiffe sind damit etwas schwerfälliger in der Planung, während kleinere Schiffe ihre erteilten Kommandos zeitnah ausführen können. Es gibt dabei die folgenden Kommandos Navigieren, Staffel, Reparieren und Feuer konzentrieren. Was diese Kommandos für Effekte haben, dazu gleich mehr. Sobald beide Spieler ihre Kommandos gewählt haben, beginnt die Schiffsphase. In dieser aktivieren die Spieler abwechselnd ihre Schiffe, wobei der Spieler beginnt, der die Initiative hat. Er wählt dabei eines seiner Schiffe zum Aktivieren und handelt dann die folgenden drei Schritte ab. Er deckt sein Kommandorad auf, greift an und führt ein Manöver aus, exakt in dieser Reihenfolge. Nach Aktivierung des Schiffes legt man das genutzte Kommandorad offen auf die Schiffskarte, um anzuzeigen, dass das Schiff in der laufenden Runde bereits aktiviert wurde. Danach aktiviert der Gegner eines seiner noch nicht aktivierten Schiffe. Falls ein Spieler kein nicht aktiviertes Schiff mehr hat, muss er passen. Das wird so lange wiederholt, bis beide Spieler gepasst haben. In dem ersten Schritt der Schiffsaktivierung, dem Aufdecken des Kommandorads, wird das oberste Kommandorad vom Kommandoradstapel genommen und offen neben das Schiffsmodell gelegt. Möchte man den vollen Effekt des Kommandos nutzen, kann man es zum passenden Zeitpunkt in der Runde ausgeben. Möchte man das Kommando hingegen erst in einer Folgerunde nutzen, legt man es offen auf die Schiffskarte und platziert daneben einen Kommandomarker, der dem gewählten Kommando entspricht. Die Kommandomarker können in späteren Runden dann eingesetzt werden, sind allerdings vom Effekt her etwas schwächer als die sofortige Nutzung des Kommandorads. Ein Schiff kann dabei maximal so viele Kommandomarker haben, wie es seinem Kommandowert entspricht und darf dabei keinen Kommandomarker doppelt besitzen. Im Folgenden die detaillierten Regeln für die vier Kommandos. Sobald ein Schiff für eine Bewegung im Manöverschritt der Schiffsaktivierung den Kurs bestimmt, kann es ein Kommandorad mit Navigationssymbol ausgeben. Dies erhöht oder verringert dann den Schub um 1, was entsprechend auf dem Schubrad angezeigt wird. Der Minimalschub ist dabei für alle Schiffe 0, was nicht explizit auf den Karten angegeben ist. Der Maximalschub hingegen ist in der Schubtabelle aufgeführt. Zusätzlich darf das Schiff bei der Bewegung ein Gelenk der Manöverhilfe um ein Klick weiter bewegen, als es durch die Schubtabelle des Schiffes eigentlich erlaubt wäre. Wird das Kommando im Rahmen eines Kommandomarkers abgehandelt, kann nur der Schub um 1 erhöht oder verringert werden. Der zusätzliche Klick in der Manöverhilfe entfällt. Sollte ein Staffelkommando aufgedeckt werden, kann das Schiff sein Kommandorad ausgeben, um bis zu x befreundete Staffeln zu aktivieren. x ist dabei der auf der Schiffskarte angegebene Staffelwert. Dabei kann das Schiff nur Staffeln aktivieren, die in kurzer bis mittlerer Reichweite zum Schiff sind. Dies kann man anhand des Maßstabs mit der Reichweitenseite überprüfen. Jede Staffel, die so aktiviert wird, kann sich in beliebiger Reihenfolge bewegen und angreifen. Dabei wird eine Staffel nach der anderen gewählt und aktiviert und im Anschluss der Aktivierungsanzeiger auf die andere Seite geschoben. Sollte das Kommando anhand eines Kommandomarkers erteilt worden sein, kann nur eine Staffel nach den vorgenannten Regeln aktiviert werden. Beim Aufdecken des Kommandos reparieren, kann man dieses für das Schiff ausgeben, um Technikpunkte in der Höhe des Technikwertes auf der Schiffskarte zu erhalten. Diese Punkte können wiederum in beliebiger Zahl und Kombination für folgende Effekte ausgegeben werden. Für einen Punkt kann man ein Schild von einer Hüllensektion des Schiffes auf eine andere seiner Hüllensektion verschieben. Also ein Schild auf einer Seite um eins verringern und eine andere Seite um eins erhöhen. Dabei darf aber der Maximalwert der Schilde nicht überschritten werden. Für zwei Punkte kann man in einer beliebigen Hüllensektion die Schilde um einen Punkt wiederherstellen, also einen Wert um eins erhöhen. Auch dabei darf der Maximalwert der Schilde nicht überschritten werden. Zuletzt kann man beim Ausgeben von drei Technikpunkten eine offene oder verdeckte Schadenskarte vom Schiff ablegen. Sollte ein Kommandomarker für Reparieren eingesetzt werden, erhält der Spieler die Hälfte seiner Technikpunkte aufgerundet und darf sie für die vorgenannten Effekte ausgeben. Das Feuerkonzentrieren Kommando kann ausgegeben werden, nachdem das Schiff für einen Angriff gewürfelt hat, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu erhalten. Dieser muss dieselbe Farbe wie ein bereits zuvor geworfener Würfel haben. Beim Ausgeben des Kommandomarkers erhält der Spieler keinen zusätzlichen Würfel, aber er kann stattdessen nach dem Angriffswurf einen seiner Angriffswürfel neu werfen. Zusätzlich ist beim Einsatz der Kommandos zu beachten, dass einige Karteneffekte, wie beispielsweise auf Aufwertungskarten, abgehandelt werden können, wenn das entsprechende Kommandosymbol im Text aufgeführt ist. Zu beachten ist, dass ein Schiff ein und dasselbe Kommando nicht mehrmals pro Runde abhandeln darf. Der Spieler kann sich aber entscheiden, ob er sein Kommandorad, einen Kommandomarker oder sein Kommandorad plus einen gleichen Kommandomarker zusammen ausgibt. Beim gemeinsamen Ausgeben vom Kommandorad und einem Kommandomarker werden deren Effekte kombiniert. Allerdings muss ein Spieler vor dem Abhandeln der Effekte eines Kommandos entscheiden, ob er nur das Rad, nur den Marker oder beides ausgeben möchte. Nachdem das Kommandorad eines Schiffes aufgedeckt wurde und der Spieler sich entschieden hat, dieses zu verwenden oder gegen einen Kommandomarker zu tauschen, führt der Spieler im zweiten Schritt der Schiffsaktivierung seine Angriffe mit dem Schiff durch. Der Spieler kann dabei bis zu zwei Angriffe abhandeln. Jeder Angriff geht dabei von einer Hüllensektion aus. Das Ziel muss dabei im Feuerwinkel dieser Hüllensektion liegen, sowie in Sichtlinie und in Reichweite sein. Die Großkampfschiffe haben dabei vier Feuerwinkel, den Bug bzw. die Front, das Heck bzw. die Rückseite und der linke und der rechte Feuerwinkel. Der Feuerwinkel ist die zwischen den Feuerwinkellinien eingegrenzte Fläche auf dem Spielfeld. Beispielsweise wären die Sternzerstörer im Feuerwinkel der Fregatte. Daneben grenzen die Feuerwinkellinien auf dem Schiffsmarker die vier Hüllensektionen des Schiffes selbst ein. Ebenso unterteilt in Bug linke und rechte Hüllensektion. Beim Angriff muss man also eine Hüllensektion des angreifenden Schiffes wählen, die feuert und ein Ziel innerhalb des Feuerwinkels auf dem Spielfeld für diesen Angriff bestimmen. Zur Bestimmung der Sichtlinie wird bei einem Angriff mit einem Schiff auf ein gegnerisches Schiff eine Linie von dem Zielpunkt der angreifenden Hüllensektion auf den Zielpunkt der angezielten Hüllensektion gezogen. Falls die Sichtlinie eine Hüllensektion des verteidigenden Schiffes kreuz, die nicht die verteidigende Hüllensektion selbst ist, gibt es keine Sichtlinie zu dem Ziel. Beispielsweise könnte der Sternzerstörer die beiden Hüllensektionen der Fregatte hier angreifen, aber nicht die beiden anderen, da die Sicht zu jenen jeweils durch eine andere Hüllensektion der Fregatte blockiert wird. Das ist nämlich der Fall, weil die Sichtlinie durch die anderen Hüllensektionen zum Zielpunkt durchlaufen müsste, was nicht gestattet ist. Wird eine Sichtlinie von oder zu einer Staffel gezogen, verwendet man den Punkt der Staffelbasis, welcher der angreifenden Hüllensektion oder angreifenden Staffel am nächsten liegt. Sollte sich zwischen dem Angreifer und dem Verteidiger ein Hindernis oder ein anderes Großkampfschiff befinden, ist die Sichtlinie versperrt. In dem Fall darf der Angriff trotzdem durchgeführt werden, der Angreifer muss aber auf einen Angriffswürfel seiner Wahl verzichten. Darüber hinaus muss das Ziel auch in Angriffsreichweite liegen. Um das zu bestimmen, wird die Reichweitenseite des Maßstabs verwendet. Diese ist in drei Reichweiten unterteilt, kurz, mittel und groß, wobei abhängig von der Distanz angegeben ist, welche Würfelfarmen für den Angriff verwendet werden dürfen. Befindet sich ein Ziel, ausgehend von der angreifenden Hüllensektion in kurzer Reichweite, können schwarze, blaue und rote Würfel verwendet werden. Bei der mittleren Reichweite blaue und rote und bei der großen Reichweite nur noch rote. Ziele, die sich jenseits der roten Reichweite befinden, sind außerhalb der Reichweite und können nicht angegriffen werden. Das bedeutet auch, hat ein Schiff nur schwarze Angriffswürfel und alle potenziellen Ziele sind in mittlerer oder großer Reichweite, kann es diese nicht angreifen. Das gewählte Ziel für den Angriff kann dabei entweder eine Hüllensektion eines feindlichen Großkampfschiffes sein oder eine oder mehrere feindliche Staffeln. Gemessen wird dabei von dem nächstgelegenen Punkt der ersten Spielkomponente zum nächstgelegenen Punkt der zweiten Komponente. Ist irgendein Teil der angezielten Hüllensektion oder der Staffelbasis in einer der vorgenannten Reichweitenkategorien, ist dieser Teil in Reichweite und kann mit den jeweiligen Würfeln angegriffen werden. Schildräder und Aktivierungsanzeiger werden allerdings für das Abmessen der Reichweite ignoriert, ebenso wie die Zielpunkte, denn letztere sind nur für die Sichtlinie relevant. Ist das Ziel bestimmt, also beispielsweise die Hüllensektion eines gegnerischen Schiffes, prüft der aktive Spieler, welche Angriffswürfel er bekommt. Diese Angabe findet er auf der angreifenden Hüllensektion seines Schiffes. Greift das Schiff aber eine Staffel an, wird anstelle der Würfelangaben der abfeuernden Hüllensektion der Anti-Jäger-Wert auf der Schiffskarte verwendet. Dieser Anti-Jäger-Wert ist für alle Hüllensektionen identisch. Ebenso ist zu beachten, dass ein Großkampfschiff mit einem Angriff alle Staffeln, die in Reichweite und im Feuerwinkel sind, einmal angreifen kann. Die Angriffe auf die einzelnen Staffeln werden dabei nacheinander abgehandelt. Der Angreifer wirft dann die verfügbaren Angriffswürfel und kann nach dem Würfelwurf etwaige Effekte anwenden, die das Würfelergebnis modifizieren. Einige Karteneffekte, wie zum Beispiel auf Aufwertungskarten, erlauben beispielsweise Ergebnisse zu verändern oder neu zu würfeln. Steht das Ergebnis fest, kann der Angreifer für jedes Zielgenauigkeitssymbol einen Verteidigungsmarker des verteidigenden Schiffes wählen, der bei diesem Angriff nicht verwendet werden darf. Der Verteidiger darf dann anschließend ein oder mehrere verfügbare Verteidigungsmarker nutzen, um gegebenenfalls Schaden zu vermeiden. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten. Der Umlenkenverteidigungsmarker erlaubt es dem Verteidiger, einen beliebigen Teil des erhaltenen Schadens auf eine angrenzende Hüllensektion umzulenken. Der restliche Schaden geht dann aber auf die getroffene Hüllensektion. Hat der Verteidiger beispielsweise durch den Angriff drei Schaden auf seine rechte Hüllensektion erhalten, kann er bei dem Einsatz eines Umlenkenmarkers beispielsweise zwei Schaden auf seine Heckhüllensektion umlenken. Der verbleibende Schadenspunkt geht dann auf die rechte Hülle. Sollte es sich um einen Angriff aus großer Reichweite handeln, kann der Verteidiger einen Ausweichenmarker einsetzen, um damit einen Angriffswürfel des Verteidigers zu wählen und zu negieren. Ist es hingegen ein Angriff aus kurzer oder mittlerer Reichweite, wählt der Verteidiger einen Angriffswürfel, der neu geworfen werden muss. Zusätzlich gilt, wenn ein Schiff einen Ausweichenmarker ausgibt, solange es gegen ein Schiff einer größeren Größenkategorie verteidigt, darf es einen zusätzlichen Angriffswürfel negieren bzw. neu würfeln lassen, je nach Reichweite des Angriffs. Wenn dieser zusätzliche Verteidigungsbonus aber genutzt wird, wird der ausgegebene Marker abgelegt, egal ob er spielbereit oder erschöpft war. Beim Einsatz des Stabilisierenmarkers wird die Schadensumme nach deren Ermittlung durch den Verteidiger halbiert. Im Falle einer nicht ganzen Zahl wird aufgerundet. In diesem Beispiel sieht sich der Sternzerstörer mit sieben Treffern konfrontiert und durch den Einsatz seines Verteidigungsmarkers stabilisieren, kann er die Schadensumme halbieren. Die Hälfte ist hier 3,5, das heißt es wird auf 4 aufgerundet. Beim Einsatz eines Eindämm-Verteidigungsmarkers kann der Verteidiger diesen einsetzen, um den Angreifer daran zu hindern, einen normalen kritischen Effekt abzuhandeln. Der normale kritische Effekt wird dabei durch einen Würfelwurf ausgelöst. Nur dieser Würfelwurf-Effekt kann mit dem Eindämmenmarker negiert werden, nicht etwaige andere kritische Effekte von Karten des Angreifers. Daneben erlaubt der zerstreuen Verteidigungsmarker sogar sämtliche Angriffswürfel zu negieren. Ausgegebene Verteidigungsmarker werden dann von der spielbereiten grünen Seite auf die erschöpfte rote Seite gedreht. Man kann auch erschöpfte Verteidigungsmarker verwenden, diese werden dann aber nach Verwendung aus dem Spiel entfernt. Pro Angriff darf der Verteidiger aber nicht mehr als einen Verteidigungsmarker jeden Typs ausgeben, also beispielsweise nicht zwei oder mehrmals umlenken. Auch derselbe Verteidigungsmarker kann nicht mehrfach pro Angriff eingesetzt werden. Grundsätzlich gilt auch, wenn der Schub des Verteidigers auf Null ist, kann er gar keine Verteidigungsmarker einsetzen. Erschöpfte Verteidigungsmarker werden später in der Statusphase wieder spielbereit gemacht. Nach dem Einsatz diverser Verteidigungsmarker nimmt das verteidigende Schiffsschaden in Höhe der verbleibenden Treffersymbole und kritischen Treffer. Dafür wird zuallererst die Gesamtsumme des Schadens ermittelt und geprüft, ob der Angreifer einen kritischen Effekt ausführt. Für jedes gewürfelte Treffersymbol nimmt der Verteidiger einen Schaden, für jeden gewürfelten kritischen Treffer nimmt der Verteidiger ebenso einen Schaden. Sollte der Angreifer mindestens einen kritischen Treffer gewürfelt haben, wird die erste dem Verteidiger zugeteilte Schadenskarte offen zugeteilt. Jeder Schadenspunkt wird dabei einzeln erlitten, wofür man die Schilde der verteidigenden Hüllensektion jeweils um 1 reduziert, indem man das Schildrad auf die nächst kleinere Zahl herunterdreht. Wenn die Schilde bereits auf 0 sind, wird stattdessen eine Karte vom Schadenstapel gezogen und diese verdeckt neben die Schiffskarte gelegt. Sollte aber mindestens ein kritischer Treffer im Angriffswurf sein, wird die erste gezogene Schadenskarte offen neben die Schiffskarte platziert und der darauf aufgeführte nachteilige Effekt ist dann aktiv. Zu beachten ist aber, dass einige Karten auch andere kritische Effekte erlauben, also neben dem offenen Ziehen der ersten Schadenskarte. Wenn dem so ist, ist dies auf den Karten entsprechend mit dem kritischen Treffersymbol angezeigt. Teilweise ist auch eine Würfelfarbe angegeben, die vorausgesetzt wird, damit der kritische Effekt ausgelöst werden kann. Dabei würde der Einsatz eines solchen kritischen Effektes dann vor Berechnung des Gesamtschadens erfolgen und anstelle des offenen Ziehens einer Schadenskarte. Sollte die Summe der Schadenskarten offene plus verdeckte gleich oder größer dem Hüllenwert des Schiffes sein, ist dieses zerstört und die Miniatur wird entfernt. Ebenso werden alle zugehörigen Marker und andere Komponenten entfernt. Wenn eine Staffelschaden erleidet, verringert man die Hüllenpunkte um die entstandene Schadenssumme. Dafür dreht man die Staffelscheibe so lange, bis der Pfeil auf die verbleibenden Hüllenpunkte zeigt. Wenn diese auf 0 oder weniger fallen würden, ist die Staffel zerstört und wird mit allen zugehörigen Komponenten abgelegt. Dabei ist zu beachten, dass Staffeln nur Schaden in Höhe der gewürfelten Treffer nehmen. Kritische Treffer werden komplett ignoriert. Nachdem das aktivierte Schiff einen ersten Angriff durchgeführt hat, kann es einen zweiten Angriff abhandeln. Allerdings muss dieser von einer anderen Hüllensektion ausgehen. Dabei kann aber auch das gleiche Ziel nochmal angegriffen werden, wenn es die Angriffskriterien, also in Reichweite und im Feuerwinkel, erfüllt. Sind die Angriffe abgehandelt, führt das aktivierte Schiff im letzten Schritt ein Manöver aus, wofür die Manöverhilfe verwendet wird. Als erstes wird für die Bewegung der Kurs bestimmt. Die Manöverhilfe bringt man dafür in ihre Ausgangsposition, also stellt alle Gelenke in gerader Linie ein. Mit Blick auf die Schubtabelle der Schiffskarte prüft der Spieler nun, wie viele Klicks jedes Gelenk von der Ausgangsposition wegbewegt werden darf. Welche Spalte relevant ist, hängt dabei von dem derzeitigen Schubwert des Schiffes auf dem Schubrad ab. Ist das Schubrad beispielsweise auf 2, ist die zweite Spalte zu betrachten. Die Zeilen stellen dabei die vier Gelenke der Manöverhilfe dar, wobei die erste Zeile von unten sich auf das erste Gelenk bezieht und die oberste Zeile auf das vierte Gelenk. Ist in einer Zelle ein horizontaler Strich aufgeführt, darf dieses Gelenk nicht verändert werden und muss gerade bleiben. Die vertikalen Striche geben an, wie oft ein Gelenk verstellt werden kann. Beispielsweise ein Strich erlaubt die Veränderung des zugehörigen Gelenks um einen Klick nach links oder rechts. Dabei darf man die Manöverhilfe auf das Spielfeld legen und verschiedene Einstellungen testen, bevor man sich für die finale Bewegung entscheidet. Nach der Bestimmung des Kurses wird das Schiff dann bewegt. Dafür legt man die Manöverhilfe an eine Seite des Schiffes an, sodass die Stopper am Ende der Hilfe in die Aussparungen an der Seite der Schiffsbasis passen. Nach Einrasten sollte die Vorderkante der Schiffsbasis parallel zur Linie auf der Manöverhilfe laufen. Die Manöverhilfe wird dann festgehalten und das Schiff angehoben. Es wird dann direkt an das Gelenk gesetzt, das dem Schubwert auf dem Schubrad entspricht. Dort wird die Schiffsbasis dann an die Aussparungen geschoben. Beispielsweise bei einem Schub von drei wird das Schiff an das dritte Gelenk gesetzt. Zu beachten ist, dass die Start- und Endposition des Schiffes dabei auf derselben Seite der Manöverhilfe liegen müssen. Daneben darf das Schiff in der Zielposition nicht die Manöverhilfe überschneiden. Sollte das der Fall sein, muss man vor der Bewegung die Hilfe an die andere Schiffsseite legen. Sollte das Manöver am Ende der Bewegung zu einer Überschneidung mit Staffeln oder anderen Schiffen führen, muss folgendes beachtet werden. Überschneidet sich ein Schiff am Ende der Bewegung mit einer oder mehreren Staffeln, wird die Bewegung des Schiffes normal beendet und alle Staffeln, mit denen eine Überschneidung besteht, werden zur Seite geschoben. Der andere Spieler, der sich gerade nicht bewegt hat, setzt dann alle so betroffenen Staffeln, egal wem sie gehören, neben das Schiff. Und zwar so, dass die Staffeln die Basis des Schiffes irgendwo berühren. Beendet der Sternenzerstörer seine Bewegung beispielsweise hier, müssten die zwei dort befindlichen Staffeln zur Seite geschoben werden. Der Rebellenspieler würde die Staffeln dann so auf dem Spielfeld platzieren, dass sie die Basis des Sternenzerstörers berühren. Sollte das Manöver des Schiffes zu einer Überschneidung mit einem anderen Schiff führen, kann die Bewegung nicht zu Ende geführt werden. Stattdessen wird der Schub des bewegenden Schiffes vorübergehend um eins reduziert und man versucht das Schiff dann entsprechend mit diesem Schub zu bewegen. Das wird im Zweifel so lange wiederholt, bis das Schiff eine Bewegung abschließen kann oder der Schub auf null verringert wird und es dann an seinem Ausgangspunkt stehen bleibt. Nach der Bewegung erhält dann das Schiff, das sich bewegt hat und das nächstgelegene Schiff, mit dem es zu einer Überschneidung kam, jeweils eine verdeckte Schadenskarte zugeteilt. Auf dem Spielfeld befinden sich auch diverse Hindernisse, die anhand von Markern dargestellt werden. Schiffe und Staffeln können sich ungehindert über diese Hindernisse bewegen, wenn allerdings ihre Endposition zu einer Überschneidung mit dem Hindernis führt, ist ein Effekt abzuhandeln. Bei Überschneidung mit einem Asteroidenfeld erhält ein Schiff sofort eine offene Schadenskarte. Staffeln sind von Asteroiden hingegen nicht betroffen. Bei einem Trümmerfeld nimmt ein überschneidendes Schiff zwei Schaden an einer beliebigen Hüllensektion. Auch hier sind Staffeln nicht betroffen. Im Falle der Raumstation darf ein Schiff bei Überschneidung eine seiner offenen oder verdeckten Schadenskarten ablegen. Eine überschneidende Staffel darf einen Hüllenpunkt wiederherstellen. Die Spieler wechseln sich mit der Aktivierung ihrer Schiffe in der Schiffsphase ab, wobei der erste Spieler beginnt. Hat ein Spieler keine Schiffe mehr zum Aktivieren, passt er und der andere Spieler aktiviert dann nacheinander noch seine restlichen Schiffe. Besitzt einen Spieler Passenmarker und er hat noch mindestens ein nicht aktiviertes Schiff, kann er einen Passenmarker zum Passen unter den folgenden Bedingungen ausgeben. Wenn er der erste Spieler ist, kann er einen Marker zum Passen einsetzen, sofern er mindestens ein Schiff in der aktuellen Runde aktiviert hat und weniger nicht aktivierte Schiffe übrig hat als der zweite Spieler. Beispielsweise wenn der Rebellenspieler hier die Initiative hat und die Passenmarker besitzt, kann er, da er bereits eines seiner Schiffe aktiviert hat und er nur noch ein nicht aktiviertes Schiff besitzt und der Imperiale Spieler 3 in seinen nächsten Zug passen. Das Passen mit Passenmarkern beendet dabei nicht die laufende Runde für den Spieler. Er ist nach dem Passen und der Aktivierung vom Gegenspieler wieder regulär am Zug und passt erst final, wenn alle seine Schiffe aktiviert wurden. Ein Spieler kann, wenn er mehrere Passenmarker besitzt, auch mehrere in einer Runde ausgeben, aber nie zweimal direkt hintereinander. Im nächsten Zug müsste der Rebellenspieler also seine Korvette aktivieren, auch wenn er immer noch weniger Schiffe zum Aktivieren hat als der Imperiale Spieler. Ist hingegen der zweite Spieler derjenige, der die Passenmarker besitzt, darf dieser wiederum nur unter Einsatz der Marker passen, wenn er weniger oder gleich viele nicht aktivierte Schiffe übrig hat als der erste Spieler. Beispielsweise dürfte der Imperiale Spieler als zweiter Spieler hier mit einem Passenmarker passen, da er nur noch ein Schiff zum Aktivieren hat, während der erste Spieler noch zwei besitzt. Er hat also weniger oder gleich viele Schiffe zum Aktivieren übrig und kann damit einen Passenmarker ausgeben. Den eingesetzten Passenmarker muss er dann ablegen, dieser wird also komplett aus dem Spiel entfernt. Wenn beide Spieler alle ihre Schiffe aktiviert und gepasst haben, ist die Schiffsphase abgeschlossen und man geht zur Staffelfase über. Innerhalb dieser werden alle Staffeln aktiviert, die nicht bereits durch Staffelkommandos aktiviert worden sind. Eine Staffel, die in dieser Phase aktiviert wird, kann sich entweder bewegen oder angreifen. Dabei beginnt dann der Spieler, der die Initiative hat. Er wählt eine seiner nicht aktivierten Staffeln und aktiviert sie. Anschließend aktiviert er dann noch eine zweite nicht aktivierte Staffel. Sind diese Aktivierungen abgehandelt, aktiviert der Gegner auf gleiche Weise zwei seiner eigenen Staffeln. Das wird so lange wiederholt, bis alle Staffeln aktiviert wurden. Für die Bewegung der Staffeln wird der Maßstab mit der Entfernungsseite verwendet. Das Ende dieses Maßstabs auf der Entfernungseinsseite wird an die Basis der Staffel an beliebiger Stelle gelegt. Dann hebt man die Staffel an und versetzt sie an einen beliebigen Punkt entlang des Maßstabs, wobei der Schubwert der Staffel die Reichweitenbegrenzung vorgibt. Beispielsweise kann sich die X-Flügler-Staffel maximal bis zur Entfernung von 3 bewegen. Das heißt, kein Teil der Basis der Staffel darf nach der Bewegung jenseits der 3er-Entfernungskategorie liegen. Zu beachten ist auch, Staffeln dürfen sich nicht so bewegen, dass sie eine Überschneidung mit anderen Staffeln oder Schiffen verursachen. Ebenso muss beachtet werden, dass Staffeln, die in Entfernung 1 zu einer feindlichen Staffel sind, als in Nahkampf gebunden gelten. Diese im Nahkampf gebundenen Staffeln dürfen sich nicht bewegen. Auf diese Art und Weise kann man beispielsweise feindliche Staffeln an der Bewegung hindern. Zu beachten ist auch, Staffeln, deren Sichtlinie zueinander versperrt ist, gelten als nicht im Nahkampf. Wenn eine Staffel angreift, kann diese ein Ziel in Entfernung 1 angreifen. Welche Würfel dafür verwendet werden, steht auf der Staffelkarte. Bei Angriff auf eine andere Staffel der Anti-Jäger-Wert, bei Angriff auf eine Höhlensektion eines Schiffes, der daneben stehende rote Geschützbatterien währt. Zusätzlich ist zu beachten, dass Staffeln einen 360-Grad-Feuerwinkel haben und alle Würfelfarmen verwenden dürfen. Bei ihren Angriffswürfen werden aber alle Würfelergebnisse mit dem kritischen Treffer-Symbol komplett ignoriert. Ebenso ist zu beachten, dass Staffeln, die im Nahkampf sind, also in Entfernung 1 zu einer feindlichen Staffel, mit ihrem Angriff eine andere Staffel angreifen müssen. Ein Angriff auf ein Schiff ist mit einer im Nahkampf gebundenen Staffel also nicht möglich. Dabei ist eine Staffel als nicht mehr im Nahkampf gebunden, wenn die letzte gegnerische Staffel, mit der sie im Nahkampf war, zerstört wurde. Zu beachten ist, dass Schiffe aber Staffeln angreifen können, unabhängig davon, ob sie im Nahkampf sind oder nicht. Nachdem eine Staffel aktiviert wurde, schiebt man ihren Aktivierungsanzeiger auf die andere Seite, sodass die andere Farbe nun sichtbar ist. Die Spieler können sich bei Aktivierung einer Staffel auch entscheiden, diese weder zu bewegen noch angreifen zu lassen. Wenn alle Staffeln aktiviert wurden, geht man zur Statusphase der Runde über. In dieser werden alle erschöpften Verteidigungsmarker wieder spielbereit gemacht, das heißt sie werden wieder auf die grüne Seite gedreht. Ebenso werden in der Runde erschöpfte Aufwertungskarten wieder einsatzbereit gemacht. Wenn eine Aufwertungskarte im Rundenverlauf erschöpft werden muss, dreht man sie um 90 Grad und kann sie nach Erschöpfung nicht mehr in der aktuellen Runde verwenden. In der Statusphase werden sie nun wieder zurückgedreht und stehen für die nächste Runde wieder zur Verfügung. Der Spieler mit der Initiative dreht dann den Initiativmarker um. Farbe und das Symbol geben nun an, welche Staffeln in der nächsten Runde als nicht aktiviert gelten. Am Ende der Statusphase wird der nächsthöhere Rundenmarker neben die Spielfläche gelegt und es beginnt dann die nächste Spielrunde. Dies geht so lange weiter, bis alle Schiffe der gegnerischen Flotte zerstört wurden und das Spiel damit sofort endet oder die sechste Runde beendet wurde. Im Falle, dass ein Spieler alle seine Schiffe verloren hat, gilt er als besiegt und der Gegenspieler ist der Sieger. Ist das Spiel aber nach der sechsten Runde beendet worden, gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Dabei erhalten beide Fraktionen Siegpunkte in Höhe der Gesamtkosten aller feindlichen Staffeln und Schiffe, die sie zerstört haben. Die Kosten von den Aufwertungskarten, die zerstörte Schiffe ausgerüstet hatten, werden ebenso berücksichtigt. Auch werden erworbene Siegmarker entsprechend des gültigen Einsatzziels der Partie berücksichtigt. Wie viele Siegpunkte ein Marker bringt, ist unten rechts auf der Einsatzzielkarte angegeben. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten ist dann der Sieger. Bei Gleichstand gewinnt der zweite Spieler, also derjenige, der nicht die Initiative hatte. Das als Überblick zu den Spielregeln. Im Folgenden zeige ich noch eine Beispielrunde. Das Spiel ist hier mit dem Grundbox-Material aufgebaut und wir haben als Rebellenspieler die Initiative. Unser Flaggschiff ist hier die Nebulon B-Escort-Fregatte, die begleitet wird von einer CR-90-Korvette sowie drei X-Flügler-Staffeln. Als Einsatzziel liegt die Karte dringend gesucht aus. Durch diese musste der zweite Spieler, also unser Gegenspieler, eines unserer und eines seiner Schiffe mit einem Einsatzzielmarker markieren. Da er mit dem Sternzerstörer nur ein Schiff in die Schlacht führt, hat er diesen mit einem Einsatzzielmarker markiert. Auf unserer Seite hat er die Nebulon B-Fregatte markiert. In dem Fall, dass ein Einsatzziel angegriffen wird, erhält der angreifende Spieler einen zusätzlichen Würfel für den Angriffswurf. Am Spielende gibt ein zerstörtes Einsatzziel dann noch zusätzlich die doppelten Punkte. Wir starten nun mit der Kommandophase und müssen nun im Geheimen unsere Kommandos verteilen. Die Nebulon B-Fregatte hat zwei Kommando-Räder und in der ersten Runde müssen wir für beide ein Kommando einstellen. Das Rad, das wir nach unten legen, wird in der zweiten Runde aktiviert und dort entscheiden wir uns einen Feuer-Konzentrieren-Kommando zu legen. Oben drauf, also für die aktuelle Runde, entscheiden wir uns für einen Staffel-Kommando. Für das Rad der Korvette wählen wir ebenso ein Staffel-Kommando aus. Der imperiale Spieler darf zu Beginn der Schiffsphase durch seine Tag-In-Aufwertungskarte einen Kommando-Marker seiner Wahl an sich nehmen. Dabei wählt er einen Staffel-Kommando-Marker, den er entsprechend vor sich auslegt. Wir sind der Spieler mit der Initiative, müssen also als erstes ein Schiff zum Aktivieren auswählen und entscheiden uns hierbei für unsere Korvette. Das Kommando-Rad decken wir auf und wie erwähnt, wir haben ein Staffel-Kommando gespielt. An der Stelle müssen wir uns nun entscheiden, das Kommando-Rad zu nutzen oder einen Staffel-Kommando-Marker an und zu nehmen. Unsere Wahl fällt dabei auf die Nutzung des Staffel-Kommandos und dabei dürfen wir so viele Staffeln aktivieren, wie der Staffelwert unserer CR-90-Korvette hoch ist. Unsere Wahl fällt dabei auf Luke Skywalkers X-Wing-Staffel, die sich nun mit einem Schub von drei bewegen kann. Wir fliegen damit geradeaus auf das Trümmerfeld zu und setzen dann den Aktivierungsanzeiger auf die andere Seite. Theoretisch könnte die Staffel jetzt auch noch angreifen, es befindet sich aber kein gegnerisches Ziel in Reichweite. Der Kommandoschritt für die Korvette ist abgeschlossen, nun darf sie selbst angreifen. Hier gilt aber das gleiche wie für die X-Wing-Staffel, es befindet sich kein Ziel in Reichweite. Danach führen wir mit der Korvette ein Manöver durch und blicken damit als erstes auf unsere Schubtabelle. Die Manöverhilfe nehmen wir an uns und auf der Schubtabelle können wir erkennen, dass wir das erste Gelenk gar nicht verstellen dürfen, das zweite einmal und das dritte zweimal. Nachdem wir die Manöverhilfe eingestellt haben, wie wir es wünschen, legen wir sie entsprechend an unser Schiff an. Von seinem Startpunkt heben wir es an und da das Schiff mit einem Schub von drei fliegt, setzen wir es an die Linie mit der drei. Die Aktivierung des Schiffes ist damit abgehandelt und das genutzte Kommandorad legen wir noch auf die Schiffskarte, um anzuzeigen, dass das Schiff bereits aktiviert wurde. Der impreale Spieler ist nun mit dem Aktivieren an der Reihe und da er nur ein Schiff hat, muss er jetzt seinen Sternenzerstörer aktivieren. Er deckt ebenso einen Staffelkommando auf und entscheidet sich, dieses auch einzusetzen. Zusätzlich möchte er noch seinen Staffelkommandomarker einsetzen und damit kann er eine Staffel mehr aktivieren, als seinen Staffelwert erlauben würde. Seinen Staffelwert liegt bei drei, durch den Einsatz des Markers kann er nun alle seine vier Staffeln aktivieren. Seine Taijägerstaffeln muss er dabei eine nach der anderen aktivieren und beginnt mit der Staffel hier vorne. Diese fliegt auf unsere Korvette und die X-Flügler zu und ist dann direkt mit der Staffel von Luke Skywalker in einen Nahkampf gebunden. Dies ist der Fall, weil sie sich in einer 1er Reichweite zur X-Wing-Staffel bewegt hat. Solange die Staffeln im Nahkampf sind, können sie sich nicht mehr bewegen. Da die Staffel mit einem Staffelkommando aktiviert wurde, kann sie jetzt auch noch angreifen. Die Taijäger haben drei blaue Würfel als Anti-Jäger-Bewaffnung, die sie nun auf die X-Flügler abfeuern. Dabei wurde ein Zielgenauigkeitssymbol gewürfelt und zwei Treffer. Mit dem Zielgenauigkeitssymbol verbietet uns unser Gegner einen unserer Stabilisieren-Marker zu nutzen. Luke Skywalker's X-Flügler-Staffel hat aber zwei davon und entscheidet sich dann dementsprechend den zweiten davon einzusetzen. Der Marker wird dann auf die rote erschöpfte Seite gedreht und als Effekt wird der Schaden halbiert. Das bedeutet, wir müssen nun von Luke Skywalker's X-Flügler-Staffel einen Hüllenpunkt abziehen. Die feindliche TIE-Fighter-Staffel setzt dann noch ihren Aktivierungsanzeiger auf die rote Seite. Die nächste Staffel zieht hinterher auf das Trümmerfeld. Dabei sind Staffeln auf Trümmerfeldern nicht von dem Effekt des Trümmerfelds betroffen. Schiffe würden beim Überschneiden hingegen an einer Hüllensektion zwei Schaden nehmen. Kein Ziel befindet sich in 1er Reichweite dieser Staffel, also aktiviert der imperiale Spieler nun seine dritte Staffel. Hier liegt eine 1er Reichweite zur Kovette vor, die der Spieler dann auch entsprechend angreift. Er entscheidet sich dabei die Bug-Hüllen-Sektion anzugreifen. Seine Geschützbatterienbewaffnung gibt ihm einen blauen Würfel und er erzielt damit einen Treffer. Wir setzen darauf unseren Ausweichen-Verteidigungsmarker ein und zwingen ihn, den Würfel neu zu werfen, allerdings landet er erneut einen Treffer. Dementsprechend wird der Bug Schildwert um einen Punkt reduziert. Anschließend aktiviert der imperiale Spieler noch seine letzte Tailljäger-Staffel, die sich nach der Bewegung aber außerhalb der Angriffsreichweite befindet. Sein Kommando ist damit abgehandelt und er legt im Anschluss das Kommandorad und den Kommandomarker ab. Durch die Jularen-Aufwertungskarte kann er aber auch den Kommandomarker zurückgewinnen. Die Karte muss er aber nach dem Einsatz erschöpfen. Sein Sternzerstörer hat einen Schub von 2 eingestellt und er entscheidet sich mit diesen geradeaus zu fliegen. Nachdem die Bewegung des Sternzerstörers beendet ist, sind wir dann wieder am Zug. Wir sind dann mit dem Aktivieren unserer Korvette am Zug und decken hier auch unser Kommandorad auf, das auch ein Staffelkommando zeigt. Wir aktivieren dabei zuerst unsere linke X-Flügler-Staffel, die mit einem Schubwert von 3 auf die Gegner zufliegt. Allerdings sind alle Ziele außer Reichweite, das heißt die Staffel kann ihr nicht angreifen. Gleiches gilt auch für die zweite Staffel, die ebenso kein Ziel hat. Die Nebulon-B-Fregatte hat einen Schubwert von 3 und kann sich dabei ähnlich wie die Korvette bewegen. Das erste Gelenk auf der Manöverhilfe muss stabil bleiben, das zweite kann um einen Klick bewegt werden und das dritte um bis zu 2. Mit einer Geschwindigkeit von 3 zieht dann die Nebulon-B-Fregatte ebenso in das Schlachtengetümmel. Alle Schiffe wurden nun aktiviert und nun gehen wir zur Staffelphase über. Da allerdings in der Schiffsphase bereits alle Staffeln aktiviert wurden, überspringen wir auch diese und gehen direkt zur Statusphase über. Innerhalb dieser werden alle eingesetzten Verteidigungsmarker wieder spielbereit gemacht, ebenso wie die erschöpften Aufwertungskarten. Der Rundenmarker für die erste Runde wird nun abgelegt und der für die zweite Runde ausgelegt. Den Initiativmarker müssen wir dann nun auf die andere Seite drehen. Es beginnt dann nun die zweite Runde, in der wir nun zuallererst in der Kommandophase wieder die Kommandos für unsere Schiffe setzen. Der Nebulon-B-Fregatte geben wir einen Navigationsbefehl, den wir nun unter dem anderen Kommandorad platzieren müssen. Mit der Korvette möchten wir unser Feuer konzentrieren. Zu Beginn dieser Schiffsphase entscheidet sich der imperiale Spieler diesmal einen reparierenden Kommandomarker an sich zu nehmen. Wir sind als Initiativspieler wieder als erstes dran, ein Schiff zu aktivieren und entscheiden uns dabei diesmal für die Nebulon-B-Fregatte. Auf dem Kommandorad ist ein Feuer konzentrieren-Kommando angezeigt, dass wir uns entscheiden abzulegen und dafür einen Kommandomarker zu erhalten. Der Sternzerstörer befindet sich nun in großer Angriffsreichweite und die Sichtlinie zwischen den Zielpunkten ist auch nicht blockiert. Es handelt sich um ein Einsatzziel, das heißt zusätzlich zu unseren drei roten Würfeln erhalten wir noch einen weiteren roten Würfel für den Angriff. Mit dem Wurf haben wir zwei Treffer und zwei kritische Treffer gelandet. Der imperiale Spieler entscheidet sich seinen stabilisierenden Verteidigungsmarker einzusetzen, um den Trefferwert auf zwei zu reduzieren. Seinen Schildwert auf der rechten Höhlensektion reduziert er dann entsprechend um zwei Punkte. Einen zweiten Angriff können wir mit der Nebulon-B-Fregatte nicht durchführen, da wir keine Ziele im Feuerwinkel haben. Mit dem folgenden Manöver haben wir nun eine Überschneidung mit dem Trümmerfeld und der Staffel. Die Staffel platziert dann unser Gegenspieler irgendwo an der Basis unseres Schiffes und setzt sie dabei hier unten an die Ecke. Für die Überschneidung mit dem Trümmerfeld müssen wir dann noch zwei Schadenspunkte hinnehmen, die wir von unserer Bug-Sektion abziehen. Der imperiale Spieler aktiviert seinen Sternzerstörer und hat einen Navigationsbefehl aufgedeckt. Das Kommandorad lässt er erstmal liegen und nutzt er später beim Ausführen seines Manövers. Er kann nun angreifen und entscheidet sich auf unsere Korvette zu zielen. Diese befindet sich in mittlerer Reichweite, das heißt er kann alle seine Würfel von seiner Bug-Hüllen-Sektion nutzen. Das sind drei rote und drei blaue Würfel, die er entsprechend auf unsere Korvette abfeuert. Das Ergebnis ist schon etwas bitter für uns, er hat zwei Zielgenauigkeitssymbole gewürfelt und in Summe vier Treffer plus einen kritischen Treffer. Mit den beiden Zielgenauigkeitssymbolen verbietet er uns unsere beiden Ausweichenmarker einzusetzen. Wir setzen dann unseren verbleibenden Umlenken-Verteidigungsmarker ein, um einen Teil des Schadens auf die rechte Hüllen-Sektion zu lenken. Diese hat einen Schildwert von 2, der jetzt entsprechend auf 0 reduziert wird. Die verbleibenden drei Schadenspunkte gehen auf die Bug-Hüllen-Sektion, dort ist noch ein Schildpunkt übrig, der nun auch auf 0 gesetzt wird. Es sind immer noch zwei Treffer übrig, diese müssen wir nun als Schadenskarten ziehen und da auch ein kritischer Treffer dabei ist, erhalten wir die erste Schadenskarte aufgedeckt. Der Effekt dieser besagt, dass wir einen unserer Verteidigungsmarker wählen und aus dem Spiel entfernen müssen. Unsere Wahl fällt dabei auf einen unserer Ausweichenmarker. Anschließend wird die Karte direkt auf die verdeckte Seite gedreht und wir erhalten für den übrigen Treffer noch eine weitere Schadenskarte. Der Hüllenwert der Korvette beträgt 4, das heißt diese ist noch nicht zerstört. Der embryale Spieler darf dann mit dem Sternzerstörer noch einen zweiten Angriff durchführen, aber nicht von seiner Bug-Hüllen-Sektion. Er entscheidet sich damit seiner rechten Hüllen-Sektion, die Bug-Hüllen-Sektion der Nebulon-B-Fregatte anzugreifen. Diese ist sowohl im Feuerwinkel als auch in Reichweite und er hat Sichtlinie. Durch seine Aufwertungskarte verbesserte Bewaffnung erhält er sogar noch einen zusätzlichen Angriffswürfel. Einen weiteren Angriffswürfel erhält er, weil es sich um das Einsatzziel handelt. Mit voller Härte schlägt der Sternzerstörer auch hierzu, drei kritische Treffer, zwei normale Treffer und ein Zielgenauigkeitssymbol. Mit der Zielgenauigkeit verbietet er uns unseren Ausweichenmarker zu nutzen. Daneben haben wir nur noch zwei Stabilisierenmarker, wovon wir auch maximal nur einen einsetzen dürfen. Das tun wir auch, um die Schadenssumme zu halbieren. Bei fünf Treffern wird aufgerundet auf drei Schaden halbiert. Unsere Bug-Sektion hat nur noch einen Schildwert von 1, das heißt dieser wird auf 0 reduziert und dann erhalten wir zwei Schadenskarten. Die erste davon erhalten wir auch wieder aufgedeckt. Dabei handelt es sich um einen strukturellen Schaden, der dazu führt, dass wir direkt eine weitere Schadenskarte ziehen müssen. Mit drei Schadenskarten ist unser Flaggschiff schon sehr stark angeschlagen. Seinen Navigieren-Kommando gibt er nun aus und reduziert seinen Schub auf 1. Mit diesem Schubwert entscheidet er sich einfach geradeaus zu fliegen. Er verursacht dabei eine Überschneidung mit einer eigenen TIE-Jäger-Staffel, die wir dementsprechend an seine Basis zurückversetzen dürfen. Zu unserem Vorteil verschieben wir die Staffel dann hinter den Sternenzerstörer. Als letztes sind dann wir mit dem Aktivieren unserer Korvette am Zug und wir haben ein Feuerkonzentrieren-Kommando ausgespielt. Dieses möchten wir auch nun direkt für unseren Angriff auf den Sternenzerstörer verwenden. Ziel ist seine Bug-Hüllen-Sektion, auch erst ein Einsatzziel, das heißt wir erhalten einen zusätzlichen Angriffswürfel. Durch das Kommando erhalten wir dann ebenso noch einen weiteren Würfel. Bei den zwei zusätzlichen Würfeln entscheiden wir uns für zwei blaue Würfel und greifen dann die Bug-Sektion an. Als Ergebnis haben wir drei normale Treffer und zwei kritische Treffer gewürfelt, als auch ein Zielgenauigkeitssymbol. Mit der Zielgenauigkeit verbieten wir den Einsatz des Stabilisieren-Verteidigungsmarkers. Das heißt der Sternenzerstörer erhält jetzt hier fünf Trefferpunkte, wobei sich der impreale Spieler entscheidet, einmal den Schaden auf die linke Hüllen-Sektion umzulenken. Nämlich genau drei Treffer und die verbleibenden zwei Treffer gehen dann auf die Bug-Hüllen-Sektion. Für die anderen Feuerwinkel der Korvette gibt es kein Ziel, das heißt der zweite Angriff verfällt. Nun müssen wir unsere Korvette mit einem Schub von drei bewegen, das führt aber zu einem Problem. Am Endpunkt könnten wir unsere Korvette nicht ohne Überschneidung aufstellen, sie könnte entweder unsere Nebelon-B-Fregatte überschneiden oder den Sternenzerstörer. Damit nicht beide unsere Schiffe eine Schadenkarte bekommen, entscheiden wir uns für die Überschneidung mit dem Sternenzerstörer. Am Zielort können wir die Korvette nicht platzieren, ebenso wenig bei einer Distanz von zwei, das heißt wir müssen die Korvette auf einen Schub von eins herabsetzen. Bei diesem fliegt sie nur ein Gelenk geradeaus. Sowohl der Sternenzerstörer als auch unsere Korvette erhalten dann eine verdeckte Schadenskarte. Mit der Aktivierung unserer Korvette ist die Schiffsphase nun beendet und wir gehen zur Staffelphase über. Diesmal wurde in der Schiffsphase keine einzige Staffel aktiviert, das heißt alle hier noch befindlichen Staffeln werden nun in der Staffelphase aktiviert. Als erster Spieler beginnen wir dabei mit der Aktivierung zweier unserer Staffeln. Luke Skywalkers X-Flügler-Staffel lassen wir dann die Thai-Jäger angreifen, mit denen er im Nahkampf ist. Dabei hat er eine Anti-Jäger-Bewaffnung von vier blauen Würfeln, die wir dann auch sogleich werfen. Die Zielgenauigkeit bringt uns hier nichts, aber wir haben drei Treffer gelandet. Da die Thai-Jäger-Staffel nur einen Hüllenwert von drei hat und sonst keine weiteren Spezialfähigkeiten, ist sie auch direkt vernichtet. Die Miniatur wird dann vom Spielfeld entfernt. Nachdem wir den Aktivierungsanzeiger auf die andere Seite geschoben haben, aktivieren wir noch eine zweite X-Flügler-Staffel. Mit dieser ziehen wir dann hinter das Trümmerfeld. Der imperiale Spieler ist nun mit dem Aktivierenden Anzug und entscheidet sich seine Thai-Flügler-Staffel hier abzuziehen. Mit seiner Kreischläufer-Staffel hingegen entscheidet er sich mit einem blauen Würfel die rechte Hüllensektion der Korvette anzugreifen. Da unsere Korvette nur noch einen Hüllenpunkt hat, entscheiden wir uns unseren Ausweichen-Marker einzusetzen. In kurzer Distanz können wir den Angreifer dann zum Neuwürfeln des Würfelwurfs zwingen. Allerdings hat das nicht viel genützt, er hat erneut einen Treffer geworfen. Da unser Schiff mit diesem Trefferpunkt zerstört wäre, entscheiden wir uns unseren bereits erschöpften Umlenken-Verteidigungsmarker erneut auszugeben. Mit dem erneuten Ausgeben wird dieser dann aber komplett aus dem Spiel entfernt. Den Schaden lenken wir dann auf die hintere Hüllensektion um. Unsere letzte X-Flügler-Staffel fliegt dann noch in das Gemenge, um die Thai-Fighter in den Nahkampf zu binden. Die letzte Thai-Jäger-Staffel des Gegenspielers geht hier unten in Formation. Damit ist die Staffelfase beendet und wir gehen wieder zur Statusphase über. Die Verteidigungsmarker werden wieder einsatzbereit gemacht, der nächste Rundenmarker ausgelegt und der Initiativmarker umgedreht. Für beide Schiffe entscheiden wir uns zu Beginn der nächsten Runde ein Reparieren-Kommando einzustellen. Als erstes möchten wir in der Runde unser Flaggschiff aktivieren und decken unser Kommando-Rad auf. Dieses entscheiden wir uns abzulegen und dafür einen Kommando-Marker zu erhalten. Mit unserer rechten Hüllensektion greifen wir dann ebenso die rechte Hüllensektion des Sternenzerstörers an. Von unserer rechten Seite schießen wir mit einen blauen und einen roten Würfel und weil es das Einsatzziel ist, nehmen wir noch einen weiteren roten Würfel dazu. Zwei Treffer, eine Leerseite und ein Zielgenauigkeitssymbol, wobei wir noch einen Kommando-Marker für Feuer konzentrieren übrig haben. Diesen können wir einsetzen, um einen unserer Würfel neu zu werfen, was wir dann entsprechend auch tun. Ein enorm gutes Ergebnis, mit dem Zielgenauigkeitssymbol verbieten wir dem imperialen Spieler wieder seinen stabilisierten Verteidigungsmarker zu nutzen. Damit erhält er vier Trefferpunkte, wovon er einen auf die Hecksektion umleitet. Das heißt, drei Treffer verbleiben für die rechte Seite, einer wird von den Schillen abgezogen und damit erhält er zwei Trefferkarten. Der Sternzerstörer hat nun auch schon drei Schadenskarten gesammelt, aber einen Hüllenwert von acht. Für einen zweiten Angriff gibt es keine Ziele in den Feuerwinkeln, also bewegt sich die Fregatte nun mit ihrem Schub von drei. Der imperiale Spieler aktiviert nun seinen Sternzerstörer und deckt ein Feuerkonzentrieren-Kommando auf. Dies möchte er auch direkt einsetzen, um von seiner Hecksektion unsere Fregatte anzugreifen. Durch das Feuerkonzentrieren und weil es unser Flaggschiff ist, erhält er zwei zusätzliche Würfel. Er landet dabei fünf Treffer, wir können ihn aber mit unserem Verteidigungsbefehl ausweichender zu zwingen, einen seiner Würfel neu zu werfen. Unser Wal fällt dabei natürlich auf den Würfel mit den zwei Treffern und das neue Ergebnis ist ebenso bitter für uns, er hat erneut zwei Treffer geworfen. Wir setzen dann noch unseren Stabilisieren-Verteidigungsmarker ein und halbieren damit die Schadenssumme von fünf auf zweieinhalb, also aufgerundet drei. Ein Treffer geht gegen die Schilde, die auf null reduziert werden und dann erhalten wir noch zwei Schadenskarten. Äußerst bitter für uns, denn das Schiff hatte schon drei Schadenspunkte und nur einen Hüllenwert von fünf und ist damit zerstört. Mit seinem zweiten Angriff schießt er diesmal von der Bughüllensektion, natürlich auf unsere Korvette. In Summe wirft er dabei drei rote und drei blaue Würfel. Er hat zwei Zielgenauigkeitssymbole, wir haben nur noch einen Verteidigungsmarker übrig, das heißt er verbietet uns diesen zu nutzen. Mit vier Treffern und keinen Schilden und nur noch einem verbleibenden Hüllenpunkt ist damit auch unsere Korvette zerstört. Das bedeutet, wir haben hier nun keine Schiffe mehr auf dem Spielplan und das Spiel gegen das Imperium verloren. An der Stelle beende ich die Beispielrunde mit euch und ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.